sie hat Schwiegau und Schwiegau so nach die Woche und schon nach der Lieblings da ein Kürzer Prozent mit diesem coolen Troo Prozent nicht Prozent werden ja zum letztlich endlich mal wieder von es sind die Prozent sind drei es ist ein Stück er um die Fallen ja an ich bin gut gelaunt Prozent ich habe gerade Musik gehört die ganze Zeit um ja ich habe ihn wirklich nicht mehr zum Streitest so haben wir alle hier ist wo sind die alle trau aber dass die mutter da ja genau das ist dick der jung da ist das sexy mit näher war okay hier das ist er hat dazu genau der fehlen davon ist auch gut also von nicht von dem essen aber von dem der film rater zu ihnen dann lassen wir mal weiter laufen mit dem sagen und warten dann mal bis die aufwachen mal gespannt wer als erstes aufwacht äh wo geht das noch mal da genau ich komme wahrscheinlich noch wieder wie am anfang nicht zurecht Nagy ist Nagy ist eingespielt hoffe ich mal dann bei jedem wieder relativ hohe ID steht wahrscheinlich ziemlich früh auf die geht dann direkt mal hier was essen ah hab ich schon das ist natürlich schön hab ich vorgesorgt was für die Sparkasse und gerade dummert ist richtig heftig bei mir im Hintergrund also bei als ist man draußen ist klar jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr guckt man angefangen hat okay um okay 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 aber steht auch schon auf wo es sich hierher kaputt haupt kristina ja ja die geht jetzt essen machen und so die macht das ja alles so der hat Prozent auch er geht auf Toilette Handrang ja ist in Ordnung sozial voll nie die ist jetzt mal schön Spaß ja dann mal genau noch nachgetan Dings und die Schläfer nur die können ja auch danach mal zum Reste essen und abzüllen so Spaß ja die Glocke die schaut schon zu sehen dass wir genannt die Dicke die Klinik in vier Uhr am Mann vier Uhr und es ist ja schön nicht nun sind nämlich nachher bin ich um die Nummer müde fünf vier Stunden vorher wach und dann oder wenn man kommt bei denen die Schulpost um sieben kommt gerne und guter kann ich bis 8 Uhr warten aber ich denke ich bin ich kann sie mussten fahren auch aus die da kommt Big Mama werden das noch mal kocht ich hab die Mutter mit Claudia und genau die Freien gemacht ja wie immer jeder der Fette der Fette und ungepflegte Prozent die Wunser die Wunser nach Niveau schon ab und nicht nie Schuster ist gleich um Hygiene er die Gitarre von Duschen wenn die Wörter an die soziale die München Bülsch die Geschäfte Prozent gefasst die hier die Wächtige die Wächtige was wir erwacht ihr geschirr so ja klar die beiden sohn durch die die maschinen duschen man soll den jungen steht auch auf nicht der war nicht irgendwie aber irgendwie ist trotzdem dass ich noch ein wenn sie meinen das wäre so in ordnung so die geschehen los hoch das geht ja langsam ich glaub um der da der macht keinen fernsehen der macht so hier da geht geht das glaube ich schneller aber ich weiß es nicht ist aber auch egal da kann er heute mittag mal wieder schön hier geld verdienen versuchen ein objekt auf den schachtisch wie kostet denn das ding äh wo könnte denn das sein küche badezimmer schlafzimmer wohnzimmer wenn man nicht pflanzen nie auch nicht kaffee tische büro kinderzimmer ich muss grad mal schauen wo das sein könnte kauf ab 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 dort auch kurz hier liegt an die ganze Folge mit dem Suchen vom Schachttisch verbringen um könnte der denn sein was ist denn das hallo was ist denn das aber das ist doch ein bisschen was das sieht aus wie ein Schachttisch Partys ja kostet aber ein bisschen mehr hier wird jetzt auch mal bei was ist denn das Unterhaltung das so klar er ist schrecklich nicht Lampen ich noch keine Information Arme Mäntzen dann so Schachttisch okay schachttisch wird draußen das ist auch schachttisch wird draußen episches Geburtstag Schachset ja episch das ist total episch ja okay brauchen wir nicht also jetzt ist es zumindest jetzt mal nicht ja und jetzt wird es auch schon hell ach süß ne Mh 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 Ja der Spaß ergeht nicht wirklich schnell voran hoch schnell äh du könntest dich auch mal umziehen ich glaub mir auch gar keine Kommode oder sowas egal das wird sie schon machen hoffe ich mal Mh ich hab gut ausgeruht äh wird unterhalten ja das stimmt das stärkt ja jetzt noch schön so lange wie er schaut so der könnte jetzt mal aufstehen komm das ist jetzt komm du stehst jetzt auf Digga ja aufstehen jetzt mach komm Mh 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 das ist aufs Klo Mh 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 zur Ofen putzen nach Fähigkeit manneln lernen um im Moment nicht so scheiße der Bus der Bus kommt ja gleich er spielt immer noch schön also das geht natürlich viel schneller der hat jetzt schon einen glaube ich ja ne doch noch nicht Hunger friss was schnell frisst Essen Waffeln da vergiss das da Digga los mach Spaß hast du genug gehabt komm mach oh scheiße verdammt das wird knapp die er zieht euch mal um hallo könntest du dich mal umziehen Digga's Prozent umziehen wäre nicht schlecht gut okay zieht sich um jetzt ist du mal schneller komm mach was mach okay gut das reicht aber gut ich hätte jetzt auch noch das letzte Essen lassen können so und nachdem du in die Schule gegangen bist machst du das womöglich wieder möglich und du rumgammeln genau äh mit Freunden sprechen spät an den Hausvergaben sitzen nee hart arbeiten wirst du und du meine Süße wirst auch hart arbeiten und du wirst jetzt aufhören mal zu fernsehen wirst hier die Waffeln aufräumen die und du das mit 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 Vielen Dank.